Guten Tag und herzlich willkommen hier auf dem Weg eines Noobs auf der Teheran Schnellstraße. Wir befinden uns im Rush und wir schauen einfach mal, wo wir denn hingehen zuerst und dass wir hier das kleine Stückchen hier unten, dass wir das noch voll bekommen. Hinein! So, hallo, hallo? Nein, oh Mann. Ich fürchte. Nein! Ja, da ist schon wieder was kaputt gegangen. Schade. Und ich bin ganz schön schlecht gerade noch. Ich muss erst mal... Ich habe mich gerade nicht eingespielt. Das ist direkt hier sofort gestartet, damit ich heute noch schnell eine Aufnahme raushauen kann. Oha. Deswegen auf jeden Fall dieser nicht vorhandene Skill. So, wo befinden wir uns? Wir befinden uns hier. Jetzt müssen wir mal sehen. Äh, ich habe hier noch nie Rush gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen kann ich auch absolut nicht einschätzen, wie lang das Match denn jetzt überhaupt noch geht. Aber die müssten ja eigentlich... Von dort oben kommen. Demnach könnte ich mich ja... Ah, okay. Vielleicht ist der... Äh... ...Pointer gar nicht so schlau. Was? Okay. Komm her, wo bist du? Ich habe doch gerade da jemanden gesehen. So, Jungs, ihr entschärft mal da unten. Oh. Ein Tank. Das ist... Eher schlecht. Weg hier. Ist doch nicht euer Ernst, Jungs. Was macht ihr denn da unten? Stirbt. Nein! Leck mich. Ach, ja. Und wieder platziert. Sag mal. Wo sind denn meine Homies hier? Das gibt es doch nicht. Randa! Jungs. Oh. Verdammt. Ich bin ja vollkommen falsch. Oh, Sniper. Oh, Panzer. Das ist nicht euer Ernst, oder? Nein! Mann, sind hier viele. Das ist ja unfassbar. Mann, überrennen die uns. Das ist auch unfassbar. Haben wir eigentlich nicht hier irgendwo mal irgendwie was, äh, Fahrzeugtechnisches? Aus welcher Richtung kommen die jetzt? Von da? Von da kommen die. Aber wie es aussieht, hat das Match doch erst gerade begonnen. Das ist gar nicht so schlecht. Aber schlecht ist, dass wir, wenn wir so weitermachen, verlieren wir auf jeden Fall. Aber sowas von Haus hoch, das geht gleich ratzfatz schnibbeliwapp und dann ist hier Schluss. Das ist echt unfassbar. Dann machen wir das Ganze jetzt mal anders. Ich gehe mal jetzt etwas anders vor. Ich verlasse mich nicht mehr auf meine Leute. So. Diese Explosion hat mich etwas irritiert, muss ich sagen. Nicht, dass ich ihn ansonsten irgendwie getötet hätte, aber ich war doch irritiert. Äh, was wollte ich gerade sagen? Ja, eigentlich sollte es ja im Team so sein, dass man sich aufeinander verlassen kann. Aber ich, äh, werde meinen, äh, Mitstreitern jetzt hier nicht mehr vertrauen. Das ist ja mal einfach nur ziemlich schlecht. Hier, zweiter Platz, ja. Ich, zweiter Platz, das sagt schon mal alles. So. Hier kommt auch bestimmt gleich jemand. Oh. Das bringt auch gar nichts für mich, da jetzt hinzurennen, weil Ja, deswegen. Wo sind denn meine ganzen Leute? Wieso ist denn niemand da, wo angegriffen wird? Das gibt es doch nicht. Ich weiß, ich habe absolut nicht das Recht, mich über andere Leute zu beschweren, ja. Aber. Das geht ja mal gar nicht. Das ist ja mal. Wo ist denn eigentlich? Wer geht da so ab? Ist das ein Tank? Nee. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Diese Penner! Game Disconnected. You will kick by an Admin. Ich war wahrscheinlich zu gut. Wahrscheinlich spielt der Administrator im anderen Team. Was ist das denn? Deswegen ist das Team auch so schlecht. Da könnte ich mich jetzt tierisch drüber aufregen. Also der Server wird direkt mal, der wird direkt mal fröhlich blockiert. Den werde ich nie mehr spielen. Ja, aber ich melde mich gleich zurück hier. Das kann nicht sein. Sieben Minuten Video geht gar nicht. Gleich kommt noch ein Match, beziehungsweise jetzt. So, dann wollen wir mal gucken, ob die super tollen Admins auf diesem Server ein bisschen besser mit als guten Leuten umgehen. Da muss ich gerade auch echt selbst lachen, dass ich mich selbst als gut bezeichne. So, Eroberung wird hier fröhlich gezockt. Da ist ein Tank auf der Seite. Scheiße, schon neutralisiert. Oh, das war nur eine Pflanze. Lauf! Da kommt was von hinten. Nein! Nein! Ich seh dich! Ich kann nur mal... Ach, da war noch jemand. Heilige Scheiße! Das muss man sich mal wildlich vorstellen, ne? Ich glaube, da gibt es auch irgendwo ein Bild im Internet. Einfach mal eingeben. Heilige Scheiße! Und dann bei Google auf Bildersuche. Oh, nein! Da ist ein Tank. Lass mich zufrieden! Eieiei! Okay. Das muss anders, das muss besser. Ja, der scheint auch nicht so der absolute Profi zu sein. Äh... So. Die Frage ist nur... Wo komme ich an den ran? Und die Frage ist, wo ist der überhaupt? Ho! Hohoho! Ähm... Komme ich da irgendwie auch hinten rum? Boah, der guckt ja in alle Richtungen. Der Junge. Nein! 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 Das ist doch nicht möglich. Ah! Scheiße, ey! Das ist ja... Hm. Gut, dann können wir wieder auf den Medi umsteigen. Und jetzt versuchen wir auch mal das zu tun, worum es hier geht, nämlich erobern. Auf zu C. Au! Nein! 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 Oh Mann! Wieso wurde ich nur vom anderen Server geschmissen? Da war ich so gut und jetzt... Äh... Hier bin ich wieder so schlecht. Schön in den Rücken geschossen. That's my style. Style! So, jetzt steil nach vorn. Gibt es das überhaupt steil nach vorn? Nee. Das macht keinen Sinn. Oh. Juche, ich kriege Punkte. Wahnsinn! Oh. Wer hat da geschossen? Wer schießt da? Naja. Lass sie schießen. Hopp. Verdammt. Ist die schon kaputt? Nein. Nein! Ah! Verdammt! Immer diese Leute, die plötzlich von woanders schießen, als wo ich hingucke und so. Äh... Seiten... Straßen... Hier. Zack. Hoppa! Oh. 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 Jetzt! Dumm gelaufen, mein Freund. Au, au, au. Wo bist du? Da! Ah! Was geht mit ihm? Der macht hier fröhlich die Headshots, oder was? Oh. Nein! 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 Ah! Da habe ich mich gerade hingelegt. Verdammt. Hilfe bei Kill 85. Das passt. Ja. Schlechte Bilanz bisher. Äh... Achtung! Das Einsatz hier ist neutralisiert. Aufwachen. Nein! Nein! Ach, da oben. Verdammte Axt. Ja, es ist ganz schlau, sich nicht ganz ans Fenster zu stellen, sondern von ein bisschen weiter drin zu schießen. So, wo ist denn der? Natürlich schwierig mit der Waffe hier. Nein! Komme ich irgendwo? Ja. Ich bin weg. Tschüss! Los! So. Ein bisschen... Komm, wo bin ich denn jetzt hier? Bei Tante Emma, oder wat? Äh... Hupp! Ja, das war sehr sinnvoll. Genauso macht man das. Oh. So, zack, voll. Achtung! Wir haben das Einsatzziel verloren! Welches denn? Du! Wir haben das Einsatzziel verloren! Over! Komm mal! Endlich! Oh, nee. Wer schießt denn da? Zack. Hopp. Und hüpp. Ach, nee. Das bringt mir ja gar nichts, hier jetzt reinzulaufen. Hallo? So schön durch die... Kiste? Oh. 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 Ähm. Mann, Mann, Mann. Dieses automatische auf alles schießen, was so sich bewegt. Das ist der Wahnsinn. So, von da können sie ja gar nicht kommen. Haha. Da ist ja unser Einsatzgebiet. Beziehungsweise, das ist ja hier alles unser Einsatzgebiet, aber dort ist unser Spawn Area. Oh nein, das ist ja ein Tank da hinten. Mit dem muss ich mich jetzt nicht anlegen. So, da gehen alle drauf, sehe ich gerade. Deswegen werden wir einfach mal von hinten rum gehen. Wenn das mal was wird. Also, wir sind denn hier alle drauf gegangen, wenn hier nur Leute von uns sind. Das ist noch nicht möglich. Na gut, dann auf zu A. Das ist ein Hin und Her hier. Irgendwo sitzt da ein Mörser. Die Frage ist... Ein Tank. Wusste ich es doch. Bitteschön. Das ist der Tank. Nein! Hä? Der habe ich doch noch gar nicht gesehen und schon hat der geschossen. Achso. Der war das. Oder wann? Keine Ahnung, wer das war. Jemand hat mich auf jeden Fall erschossen. Und... Nein! Übertreiber. Erfolge Übertreiber. So, Monument. Marktweg. Monument. Und den hier. Gucken irgendwo. Hoppa. Hopp. Schabrind. Schabrind. Oh. Aua. Hör doch mal auf, da. Dieser Mörser, ey. Bist ja bekloppt. 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 Keiner da. That's awesome. Oh. Nein. Ich brauche immer 50 Jahre, um solche Dinge zu tun. Da muss mal jemand einfach ins Haus reingehen und schön mit dem Messer Makler Schiff machen. Mal gucken. Vielleicht bin... Hier kommt man ja noch. Oder? Verdammt. Kann man tatsächlich nur in die eine Richtung. Die kann ich nicht ums Eck gehen, ne? Ah, Mist. Vollkommen umsonst die ganzen Treppen hier stiegen. Whoa. Oh. Okay, ich versuch's nochmal. Zieh! Brinder! Nein! Oh, leck mich! Äh... Jo, was geht, ey? Es war eine gute Attrappe da. Wo ist der Mensch, der hier... ist der hier oben jetzt schon tot, oder was? Oh. Oh, falsch. Okay. Safe! Oha. Oha. Das ist gut für uns zu sein. Komme ich vielleicht noch zum Marktweg. Ja. Hinkomme ich noch, aber... Reißen... Werde ich eher nichts. Ja. Rang 19, meine lieben Freunde. Moment. Ein Tank steht da. Ist der drunserer? Äh... Nein. War's nicht. Ey, da bedankt sich jemand dafür, dass er gewonnen hat mit uns zusammen. Seht ihr? Das sind doch mal nette Menschen. Muss ich sagen. So, Seitenstraßen. Zack. Und da haben wir tatsächlich gewonnen. Ein Traum. Und die Admins auf diesem Server waren auf jeden Fall bedeutend netter. Was kriegen wir so an? Eine Bündchen insgesamt. Sturmsoldat. AEK 971. Könnte man ja mal testen. Zack. Rang 19. G7C Schall gedämpft. Das ist ja mal was. Mit Schalldämpfer, das ist immer gar nicht so schlecht. Da wird man nicht sofort gesehen auf der Map. 2800 Punkte. Ist für so eine kleine Runde eigentlich gar nicht so schlecht. Für heute sage ich Tschüss und bis morgen. Morgen. Das ist aber noch Thun. Sehr gerne. Ich bin so schwer.